Ein Poolsauger ist ein Gerät, das verwendet wird, um Schmutz, Ablagerungen und Verunreinigungen von der Oberfläche und dem Boden eines Swimmingpools zu entfernen. Dies ist wichtig, um das Wasser sauber, klar und hygienisch zu halten. Poolsauger gibt es in verschiedenen Ausführungen, darunter manuelle Sauger, die von Hand bedient werden, und automatische Sauger, die sich selbstständig im Pool bewegen und Schmutz aufsaugen können. Die regelmäßige Verwendung eines Poolsaugers trägt dazu bei, die Wasserqualität zu verbessern, die Notwendigkeit chemischer Behandlungen zu verringern und ein angenehmes Schwimmerlebnis zu gewährleisten. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Poolsauger. Lassen Sie uns beginnen! Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5 Oxirin-Tragbarer Poolsauger. Kristallklares Poolwasser fördert einen gesunden, aktiven Lebensstil. Der Oxirin-Poolsauger stellt ein Sommergeschenk dar, das Ihren Pool von Schmutz fernhält und ihn in strahlendem Blau erstrahlen lässt. Er bietet die Gewissheit, unbeschwerte Momente der Freude in der Sonne zu genießen. Unabhängig von der Größe der Verschmutzung, bewältigt der Oxirin-Pool-Vakuum mühelos jede Herausforderung. Speziell entwickelt für eine schnelle und effiziente Reinigung kleiner Pools, wird das Vakuum von einem 6000 mAh Akku betrieben, der eine Arbeitszeit von bis zu 60 Minuten ermöglicht. Die vollständige Aufladung dauert etwa 7,5 Stunden und die Anzeige wechselt von Rot auf Grün, wenn das Gerät voll einsatzbereit ist. Erwähnenswert ist, dass die Maschine sich automatisch abschaltet, wenn sie eingeschaltet wird, aber nicht innerhalb von etwa 60 Sekunden ins Wasser eingetaucht wird. Dies dient dem Schutz des Motors und verlängert seine Lebensdauer. Die Montage des vielseitigen Vakuumkopfes ist unkompliziert. Setzen Sie den Staubsaugerkopf in die Reinigungsabdeckung ein, wie es auf den Bildern dargestellt ist. Achten Sie darauf, dass er vollständig eingerastet ist, um ein Lösen während der Reinigung zu vermeiden. Hier ist der Punkt Nummer 4, Weiboot Poolsauger. Der heißen 100p-Handpoolsauger ist mit einem leistungsstarken Motor und einer Bodenbürste ausgestattet, die eine starke Saugleistung mit einer Durchflussrate von bis zu 25,8 Gallonen pro Minute bieten können. Er funktioniert ausgezeichnet bei allen Arten hartnäckiger Verschmutzungen und fängt sämtliche Arten von Schmutz, Laub, Zweigen sowie sogar Sand und kleinen Steinen ein. Die Bedienung erfolgt über Tasten. Der Poolsauger mit Akku wird mit einer Teleskopstange geliefert, die eine maximale Länge von 1,5 Metern erreichen kann. Sie ermöglicht eine Poolreinigung ohne störende Kabel oder Schläuche. Dank des Bewegungswinkels von 55 Grad können Sie die Poolreinigung genießen, ohne sich Gedanken über Kabel oder Schläuche machen zu müssen. Mit seinen drei Rädern lässt sich der Staubsauger mühelos in verschiedene Richtungen manövrieren. Präzise Bürsten helfen dabei, Schmutz und Ablagerungen effektiv zu lösen, und ein leistungsstarker Eisenfilter ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung des Poolbodens. Das kabellose Handsauger-Reinigungsset ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der eine hohe Kapazität von 2600 mAh aufweist. Er wurde speziell für die Reinigung von Verschmutzungen entwickelt und ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu eine Stunde. Bei Nichtgebrauch kann das Gerät über das mitgelieferte Netzkabel in drei bis vier Stunden vollständig aufgeladen werden. Der Punkt Nummer 3 Oxerin EDHV03 Der innovative Oxerin-Stickpoolsauger stellt ein äußerst effizientes Instrument zur Poolreinigung dar, das sich durch seine beeindruckende Saugkraft und die Fähigkeit zur Reinigung der Wasserlinie auszeichnet. Er eignet sich ideal zur Säuberung von Spaß-, Wellpools und kleinen Pools von Sand und anderen feinen Ablagerungen. Die Saugdöse ermöglicht eine zügige Schmutzaufnahme, während der Bürstenaufsatz mit kurzen Borsten dabei hilft, Verschmutzungen vom Poolboden zu lösen. Die beiden Komponenten lassen sich reibungslos miteinander verbinden und gewährleisten eine zügige Anwendung. Zudem kann die Saugdöse auch eigenständig ohne den Bürstenkopf verwendet werden. Die Ausrichtung des Schrubbkopfes lässt sich mühelos per Knopfdruck ändern. Durch das Betätigen der Winkeltaste und gleichzeitiges Drehen kann die Richtung angepasst werden, wie in der Abbildung dargestellt. Ebenso einfach ist die Rückkehr in die Ausgangsposition, indem die Winkeltaste während einer entgegengesetzten Drehung gedrückt wird. Die langen, besonders sanften elektrischen Borsten erleichtern die Reinigung der Poolwasserlinie und enger Zwischenräume erheblich. Die manuelle Erschöpfung beim Schrubben gehört der Vergangenheit an. Gleichzeitig sind die Borsten fest im Bürstenkopf verankert und lösen sich nicht leicht. Nummer 2 in unserer Liste – Kesser Poolsauger mit Akku Der High-Performance Lithium-Akku sichert Ihnen eine Betriebsdauer von bis zu 60 Minuten zu. Darüber hinaus ermöglicht der 2000 mAh Power-Akku eine effiziente und kompromisslose Reinigung Ihres Pools in einer Wassertiefe von 0,4 M bis 3 M. Daher findet unser Handstaubsauger oft Anwendung, selbst bei Einbaupools und Schwimmbecken. Die leistungsstarke Saugkraft in Verbindung mit äußerst robusten Bürsten gewährleistet eine herausragende Sauberkeit und effektive Entfernung von Verschmutzungen jeglicher Artikel. Dank des flexiblen und großen Neigungswinkels unseres Bodenstaubsaugers erreichen Sie sämtliche verschmutzten Stellen in Ihrem Gartenpool, selbst aus ungünstigen Positionen. Dank des Neigungswinkels von 110 erzielen Sie höchste Sauberkeit und ein fantastisches Wassergefühl mit dem äußerst effizienten Poolreiniger von Kesser. Für die Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen können Sie den Turbomodus aktivieren, wodurch Ihr Pool in neuem Glanz erstrahlt. Befreien Sie Ihr Schwimmbecken mit maximaler Leistung von lästigen Verschmutzungen und passen Sie den Unterwassersauger dabei individuell an Ihre Bedürfnisse an. Sie können ihn entweder ohne Aufsatz oder mit dem großen Borstenaufsatz problemlos verwenden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, ihn mit einer Pool-Teleskopstange zu verbinden, um schwer zugängliche Stellen mühelos vom Poolrand aus zu erreichen. Ausgestattet mit einem Dual-Filter-System erzielen Sie exzellente Ergebnisse. Die Pflege des hochwertigen Mikropartikelfilters gestaltet sich genauso einfach wie die Reinigung Ihres Pools. Die Nummer 1 in unserer Liste – Poolwunder-Poolsauger Vereinfachen Sie die tägliche Reinigung Ihres Pools mit dem Poolwunder V2, dem kompakten Geschwistermodell des Poolwunder Marvel X und Turbo XL. Ausgestattet mit einem Lithium-Ionen-Akku ist der lästige Schlauchanschluss nicht mehr nötig und die Poolreinigung wird zum angenehmen Teil Ihres Vergnügens. Der Poolwunder V2 eignet sich ideal für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung des Poolbodens von kleinen Verschmutzungen wie Insekten, Blättern und Sand. Im Lieferumfang enthalten sind zwei weiße Standardfilter, die feinen Schmutz effizient aufnehmen, ein roter Filtersack für Wasser mit vielen Schwebeteilchen, um ein Verstopfen der feinen Filter zu verhindern, sowie eine Filtersocke mit einem speziellen Widerhaken-Gewebe für besondere Fälle. Die beigelegte 205 cm lange Starter-Kit-Stange besteht aus acht fest verschraubbaren Edelstahl-Segmenten. An der Unterseite sind fünf robuste, austauschbare Bürsten angebracht. Zusätzlich lässt sich der Rotor einfach abstecken und austauschen. Der Saugkreis hat einen Durchmesser von 13,5 cm und dank des patentierten Poolwundersystems ist die Saugkraft über den gesamten Durchmesser gleichmäßig verteilt. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Poolsauger unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.